Sounds... ...kriegt noch Spaß. Sounds...kriegt noch Spaß? Ohhhh... Yey! Dum dum dum... Ah! Was war das denn? Feuer! Von Herz? Mhm. Sandy ist gut! Hör auf zu bellen! Das nervt! Au! Den kann ich hier sehen. Schau nicht. Fuck, viel. Nervt mich jetzt schon. Oh, mhm, 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 mhm. Du brauchst dir hinten meine Hüse. Da! Hünse! Oh! Ich hatte den Überkopf. Ich kann's auch überhaupt gar nicht steuern. So. Hör auf. Oh, das waren zwei. Oh, das waren zwei. Oh, wo kommt dann einer, oder? Wie dann. Lalalala. Hey, du da, Sternteil. Wie viel willst du denn haben? 50? Ich will's dir nicht immer sofort geben, sondern erst dann, wenn du 50 hast. Wir führen den Weg drehen nie wieder, zieht er zurück. Das stimmt wohl. Jetzt hab ich nichts für zu tun. Boah, genau dann, wenn das Ding da rum kommt. Das war gar nicht mal so gut. Das war gar nicht mal so gut. Geh kaputt! Geh doch mal. Geht nicht. Pass auf. Da ist eine. Da ist eine. Das war in die Richtung. Was ist das denn? Oh. Aha. Mhm. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite wahrscheinlich zu einem weiteren. Da ist noch einer? Und da oben ist wahrscheinlich der letzte. Gott sei Dank. Und das war das Level. Ja, jetzt kommen wir zu Mario. Der mit Lava bestückt ist. Mhm. Und die Teile hier gehen weg. Und wo ist Sterne? Tadaba. 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 Lass den Worn ab in Ruhe. Weißt du was? Diese Kippdinger sind schlimmer als die Teile, die weggehen. Ich sag dir, lass den Worn ab in Ruhe. So, warte. Da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Geh erster da hin. Ich geh erster da hin. Oh, okay. Die Dinger anleuchten. Oh. Ja, dann gehst du nicht weg. Schön zu wissen. Aber hol mich nicht. Komm schon los. Halt lieber die Gelben fest. Oh. Oh, danke, 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 danke. Hab ich gerne gemacht. Halt die Gelben fest. Kann ich nicht. Okay. Meiner noch, oder? Ja. Ich hoffe, das ist der letzte. 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 Wie? Nein! Ich war immer so frei, ne? Oh, da ist die Kamera. Hör auf, ich auch nicht, auch nicht, auch nicht. Lass, 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 lass. Lass das! Ich kann dir auch hier einfach über die grünen laufen. Das geht doch ganz easy. Und wenn ich die ganze Zeit rumgehauen werde, das ist ganz schlecht. Wenn ich auf dem Boden schon bin, dann haue ich dich nicht mehr. Ja, du hast mich aber gerade zweimal... Einmal! Weil ich einmal, weil ich... 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 Yay! Und dann haben wir's geschafft. Ja, in der. Ja. Der. In der. Der, der. In der. In der Planeten. In der... In der Planeten. In der... Der Planeten. Gut, was geht's? Oh, Mann, ey. Boing, boing, in der Süßigkeit... Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Ja. Ja, bo... Das heißt, ich muss die scheiß Feder die ganze Zeit... Torte! Ah, Torte! Schatzi! Ich muss die kack... Kaufst du mir meine Torte? Äh, was? Was denn, ja? Mal gucken. Passt nicht auf, ne? Oh, sorry! Ich hab noch ganz viel. Was? Oh, ja! Eine Sprungfehler! Eine Sprungfehler! Eine Sprungfehler auf Randsprung... Okay. Was gibt's denn? Um sie zu kaufen halten? Ich würd's nicht was. Ich dachte grad, das wäre Lava. Bis auf den Kopf! Was soll ich denn mal sagen? Das ist egal. Oh, geil! Kuchen! Kann der nicht einfach mal auf anderen Seite starten? Ich hab noch nicht ein Baden. Ja! Komm, Paradies! Wo müssen wir denn jetzt hin? Wahrscheinlich da oben. Meinst du? Nö. Es sollte runterfallen. Meinst du? Ja. Sag ich doch. Da ist n... ins Wort. Muss ich das wirklich mit der Spurfeder machen? Sag ich doch, muss das... Ich sag's noch, ne? Ja, ich hab gedacht, ja, weiß ich. Guck mal, jetzt können wir uns das 1 hoch holen. Ohne Spurgele. Und dann kippts um der Löffel. Also sicher der Löffel kippt jetzt um. Oh, Torte. Das hat mein Untergang. Einfach vorsichtig, vorsichtig. Torte. Oh. Alter. Gut getroffen. Hör auf! Du aggressivist. Das Level macht Spaß. Ja, ich liebe dieses Level. Die Kamera dreht sich beim Laufen, das ist so kacke. Ja. Wo musst du eigentlich hin? Da rein. Genau da rein. Well... ähm... Fuck. Jo. Er ist abgeholt. Eins hoch. Will ich nicht. Okay, ich hol's mehr. Ja. Ja. Spiel jetzt. Hopp. Mein Gott. Ja. Pass auf die Löcher auf. Lass mich das Ding verarschen hier. Achtung, noch in der Mitte. Das geht. Fast nie. Das war knapp. Das war mega knapp. Und jetzt? Oh. Oh. Das ist vorbei. Oh Eis. Oh, auf Eis hätte ich ja auch Lust. Oh, ich mach sogar Fußstapfen. Eistie. Schau mal. So sind die erste Lücken. Lolis! Achtung. Ich sag noch laut Achtung. Ja, tut mir leid. Es ging trotzdem nicht. Ich hab's vorhin gesehen, dass einer das ist. Oh, die Lücken. Mh. Kannst du die Menschen noch holen? Das ist ja. Das soll er jetzt nicht ernsthaft so. Oh, komm! Warte, wenn du kommst, geht's schneller, ne? Das fällt aber ein bisschen auf, ja? Mich ist das dann auf einmal runterstürzt. Okay, wohin? Oh, geil. Okay, wohin? Oh, geil. Da. Denk da, was du sammeln musst, ne? Mhm. Ging doch gut. Ah, aber. Ja, da. Ja, da. Eh? Und nun? Ich weiß es nicht. Ah, das ist tot. Wo? Oh, da. Ich habe kräftig gepustet, aber die Flamme... Ah, okay. Ich hab gepupst wascht gelesen. Das hört die Krieger aus. Oh Mann, nicht auf der Stern kommt englisch. Endlich. Nicht englisch. Ich habe es noch nicht gelesen. Wie ist es, sich in die Nähe zu machen? Westen? Oh, das ist nicht mehr so. Ah, das ist ein Video. Pass auf! Hallo! Das geht nicht kaputt. Bis er auch wieder hochkommt. Kann ich mal eine Sprungfeder machen? Ah! Gehen wir nach rechts! Das ist eine Sprungfeder. Ah, super! Oh, super. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Nochmal! Oh, ne? Ernsthaft. Ah, ich hab... Du hast gesehen, dass ich Stammtplatten gemacht habe, oder? Ja, du warst aber nicht auf dem Glas drauf. Ich bin jetzt auf dem Glas weggerutscht dabei. Ich glaube, ich muss einfach nur extrem hoch springen. Was ist denn diese Sprungfehler? Die Sprungfehler ist echt scheiße. Bleibt natürlich aber auch ewig. Oh, sorry. Das war keine Absicht. Wenn man einen richtigen Moment macht, kann man bestimmt oben bleiben. Oh, oh. Ich hab was einiges zu tun, glaube ich. Und da. Oh, das war mal eng. Oh, hier, die Sprungfehler hochzukommen. Ja. Wenn du jetzt stirbst. Hopp, hopp, boing. Und boing. Das ist unglaublich. Unglaublich präzise, ne? Ja, das Ding ist geil. Diese Sprungfehler ist das schönste, was es gibt in diesem Spiel. Ne, neben Bowser. Und Eis- und Lava-Level. Wobei, die sind doch echt schön dagegen. Schönsten sind die Wasser-Level. 98 Stern, äh, 98 Stern, 98 Stern sind schön. Bitte, bitte, den Bauern ab. Kannst du jetzt in die Kiste hinfahren? Nein. Ja, sonst ging es doch auch immer sofort. Das geht auch nicht. Haben wir eigentlich jetzt genug Sterne? Kreaturenfabrikas. Das klingt nach Spielzeug. Das klingt nach Sprungfeder. Otter-König auf dem Lava-Blanden. Oder Otter, oder... Ach du Scheiße. Das ist die Sonne. Das war's. Das war's. Judinvesting.